Hey Leute, Andi hier und willkommen zum elften Part von der Pokémon Hardgold Nuzlocke Challenge. Und da ich in diesem Part einfach mal frech wie ich bin, Ducatia City erreichen will, machen wir uns auch einfach mal direkt das denn so auf den Weg. Das sind unsere aktuellen Pokémon. Wir haben, haben sie dabei, Pi, Mori, Giardana, Dardinata und Firehubi. Und ich würde zwar auf dem Weg gerne schon ein bisschen leveln, wenn das denn funktionieren. Ich weiß es nicht, muss man gerade ganz kurz nämlich ein bisschen den Ton leiser machen. Gott sei Dank, das hat fast mein Albums Ohr weggefetzt gerade. Das ist aber noch geiler, wenn wir Guiden aufnehmen, also da sind wir Guiden, was gerade neben meint man aus dem Projekt von mir und Chris ist. Da ist es richtig, richtig geil, weil wir müssen das auf ein Viertel von der Volume stellen und unten rechts auf zwei. Das ist so laut, das Teil ist Wahnsinn. So, ich wollte gerade gucken, ob Crab Scorps rückwärts irgendwas cooles heißt, aber dem ist leider nicht so und wir fliehen einfach mal, weil lohnt sich nicht bei Level 6 Pokémon. Wir können es ja sowieso nicht fangen. Scheiße, ich brauche einen Vor-Aim-Slave. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Gehen wir aber schnell zurück zu Pokémon Center. Vielleicht müsste unser Schnäppke da ganz gut sein. Ist mir gerade erst aufgefallen, mal Freunde. Könnt ihr doch nicht von mir erwarten hier. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Ich meine, wir haben nur noch Togepi und Schnäppke und ich wage mal zu vermuten, dass Togepi nicht zerschneider lernen kann. Wenn doch, dann rechne ich ihm auf jeden Fall weniger zu, als er kann. Aber gucken wir doch einfach mal, ob Schnäppke kann, weil ansonsten muss ich ja so oder so Togepi gucken, weil ich würde es ungern meinen anderen Pokémon beibringen. So, V-M-Zerschnibbler. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Fuck. Okay. Togepi, come on, bruh. Wir brauchen dich. Togepi, komm. Du weißt, ich habe es dir immer, von Anfang an habe ich gesagt, der Togepi, der kann das. So, Schnäppke, mach du mal einen Abflug. Ja, seh ich dir da. Hör mal, als ob ich jemals mehr als eine Box freikriegen würde in diesem Run. Jetzt mal ohne Witz, ey. Äh, so, nehmen wir mal Togepi mit. Togepi, komm, ohne Scheiß. Ich weiß, du kannst bestimmt noch welche Kacke, aber bitte. Bitte, bitte. Komm. Komm, ansonsten habe ich ein kleines Problem. Ich glaube, ich komme da auch ohne Zerschneider dran rum. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das Problem, dass meine anderen Pokémon alle keinen Zerschneider können, was richtig mies wäre, ist, wenn ich gar kein Pokémon hätte, was der Schneider kann. Dann dürfte ich mir, glaube ich, eins fangen, was nur als VM-Slave dienen darf. Aber Gelatina kann es nun mal leider. Und das ist ein kleines Problem. Ja, bitte, Togepi, komm. Togepi, was... So. Wir schmeißen Togepi wieder weg, weil ich kann so viel Negativität in meinem Leben gerade nicht gebrauchen. Äh, und haben... Es läuft auf jeden Fall mit Ducatia City. Ich bin echt stolz. Das ist schon gut. Hau ab hier. Na, ist mir auch egal, wohin. Hauptsache weg. Nein. Hätte ich mal lieber Pad behalten, ey. Ich könnte höchstens drauf hoffen, äh... Ich wollte... Scheiße, ich wollte nachschauen, wann sich, äh... Äh, äh... Feuerbubi entwickelt. Ah, es lebt gut. Verdammt noch eins. Aber ich hoffe, ich komme nicht so vorbei. Ich meine, ich weiß, dass ich der Schneider vermutlich irgendwann brauchen werde, aber ich möchte es jedem beibringen. Wirklich jedem, außer Gelatina. Ohne Witz. Ich bete, dass ich hier so durchkomme. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht der Fall ist. Naja, das Vieh könnte sowieso keinen Zerschneider lernen. Feuerbubi, läuft bei dir! Äh, ich sehe es schon kommen, dass ich Gelatina-Zerschneider beibringen muss. Ich muss jetzt echt Gelatina in der Attacke verlernen lassen. Euer Ernst für Zerschneider. Äh, fuck me, dude. Fuck me. Wo ist denn der Attacken-Verlerner? Ey, das ist irgendwie ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll ich machen? So sind die Regeln. Ah, fuck. 120, Raumschlag hat 80. Ich bin einfach mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde am liebsten Drachenklaue wieder wegmachen. Weil Raumschlag ist schon eine geile Drachenattacke. Äh, vor allem mit einer Genauigkeit von 95. Und die beiden sind im Prinzip relativ gut. Ich würde Drachenklaue wegmachen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich komme halt leider nicht drum rum, so. Das ist halt blöd. Wenn keins meiner Pokémon es lernen würde, dann würde ich sagen, okay, hey, bauen wir es so ein, dass ich ein Pokémon mit mir fange, was ein VM-Slave ist. Aber, also, für diejenigen, die nicht wissen, was ein VM-Slave ist, das ist ein Pokémon, was nur dafür eingesetzt wird, VMs zu benutzen. Und für nichts anderes. Aber ich habe Gelatina. Und so positiv es ist, Gelatina zu haben, so beißt es mich jetzt auch mal in den Arsch. Und dann muss ich auch einfach mal in den sauren Apfel beißen. Oder Magma lernt das. Kann es sein, dass Magma zerschneider lernt und ich einfach nur Feuerbubi gerade leveln muss? Ich mache ja mal gerade einen kurzen Cut und gucke mal, ab wann sich Feuerbubi entwickelt. Moment. So, da bin ich wieder. Und ich habe zwei Sachen herausgefunden. Erstens, dass sich Magma nicht entwickelt, bis es Level 30 ist. Das ist irgendwie scheiße. Und, dass es auch auf jeden Fall von Magma nicht erlernt werden kann. Zerschneider. Und, äh. Bring mir das einfach hinter uns. Ich will nach Ducati aus City. Vielleicht sehe ich den Attackenvergesser und kann dem irgendeine TM geben, wenn wir ein Pokémon haben, was wir nur dafür benutzen und nicht gegen kämpfen. So, Gelatina. Es tut mir so... Ja, ich komme einfach nicht drumrum. 50. Ich muss es machen. Ich komme nicht drumrum. Ich muss Drachenklaue vergeben. Boah, das tut mir so weh gerade. Das ist unfassbar. Unfassbar. Es tut mir leid, dass es gerade so ein 6 Minuten Laber bisher gewesen ist. Aber ich... Ich habe da vorher nicht drüber nach... Okay, bringen wir es hinter uns. Na, komm. Jetzt ist der Drops gelutscht. Jetzt können wir auch mal laufen. Oh, Tanzer. Du bist so ein schöner VMSlave gewesen. Aber, äh. 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 Es macht mich innerlich fertig. Und ich glaube, ich kann da einfach nicht drüber wegsehen. Aber, äh. Was soll ich machen? Ich muss hier dran vorbei. Oh, sieht so aus, als ob der zerschnitten werden müsste. Hör mal, du könntest... Der ist voll klein. Du könntest auf Gelatina steigen und da drüber gehen, Junge. Krieg ich wenigstens ein Celebi. Äh. Dann halt nicht, äh. Celebedo. CeleTubbies. Was sagst du mir? Haha, du hast eine Attacke geopfert. Tipps für Trainer. Brutz vor allem Slaves. Jaja, ich weiß das. Ja. Oh, viele Leute lassen Sachen liegen. Einfach wie in der Nische da vorne. Vorstellka. Wo Chris mir geschrieben hat, dass es... Äh, was war das? Gestein Stahl ist. Wo Feuer gar nicht so schlecht sein würde. Von daher... Ich... Nee, da... Die haben alle mir... Viel zu wenig AP. Nix. Da testen wir jetzt nicht. Aber Chris, du weißt, ich liebe dich und ich glaube dir. Ja, das ist cool. Auf jeden Fall so ein Protein. Was ist hier? Das sieht... Das links sieht auch voll aus, als wenn da jemand irgendwas liegen gelassen hat. Boah, Tanzer. Ich kann so langsam irgendwie dich nicht mehr ertragen. Feuerbubi, komm. Zeig dich mal. Hi, ich bin Feuerbubi. Es läuft. Und dann können wir auch schnell weg hier. So. Ist hier irgendwas? Ein Finsterstein. Was ist das denn? Freunde, was ist ein Finsterstein? Sagtet mir mal. Wo haben wir den denn? Hier. Finsterstein. Hilft manchen Pokémon bei ihrer Evolution? Kann das denn einer von euch? Nö. Joa. Cool. Aber wer weiß, vielleicht können wir ihn auch gebrauchen. Wer weiß, meine Freunde. Wer weiß. So. Tanzer, oder? Nee. Krebs. Korps. Krebskorps. Keine Ahnung. Du. Geh weg, ey. Ich will dir einfach durch. Ähm. Und wie gesagt, mein Hauptziel ist einfach, hier nicht runterzufallen gleich. Äh. Mein Hauptziel ist einfach... Kann ich hier? Vielleicht ist hier irgendwas? Julian, ich hab keine Zeit für deine... Na, ich... Grüß gar nicht. Julian! Hauptsache, ich überleg grad so, wie ich eine Kopfluss an den Baum mache. Und Julian ruft an und sagt so, ey, was geht? So, da ist ja noch ein Mann, der mit mir betteln möchte. Und ich möchte auch mit ihm ein bisschen betteln, wenn ich ehrlich bin. Forstelka, was läuft bei dir? Forstelka, hör mal. Super gut, mit dir zu reden. Bist ein cooler Typ, aber wir müssen hier weiter. Ich muss ein paar Trainer besiegen hier. Ich will es zumindest nach Ducatia City schaffen. Und zumindest schon mal aus dem Wald hier raus. Ah, du bringst einer meiner Pokémon Kopfnuss bei, was mir sowieso nichts bringt. Es geht, brö! Eigentlich will ich gar nicht Kopfnuss lernen, weil es keine meiner Pokémon was bringt. Na ja, tschüss. War cool, mit dir zu reden. Hau mal weiter mit dem Kopf gehende Bäume. Jugong, dich hätte ich gerne gemacht. Ich meine, du kannst auch keinen Zeitschneider, außer du benutzt deine wunderschönen Zähnchen, die du da hast. Aber ich verstehe nicht, warum Feuerbubi das nicht hat. Der hat fucking Klauen an seiner Hand. Was willst du? Willst du mir den blöden Schrein zeigen? Kimono, Kimono, mein Gewand. Sage mir, wo finde ich zum Waldesrand? Was sagt ihr da? Ihr wollt mich noch einmal gesehen haben in Viola City. Habe ich das? Echt? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Gewiss täuscht ihr euch, aber werdet ihr unter Umständen so freundlich, meiner Wenigkeit den Weg aus dem Wald zu weisen? Ja, sieh schon da, hör mal. Seid ihr sicher? Aber ihr habt doch selbst noch hier durch den Wald. Kennt ihr wirklich den Weg? Hey, Feuerbubi, bleib hier! Sieh an, möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich geh schon mal vor. Feuerbubi, hast du mich gerade blöd aussehen lassen? Du kleiner Punk. Aber ich mag das. Du hast ein Händchen von Frauen. Ich will gar nicht wissen, wie lange ihr in diesem Wald da schon rumdurkt. Ihr müsst euch ja vorstellen, ihr geht so schön in den Park, weil ihr wisst ja, mein Hund so ist so eine Frau, die hängt da schon seit fünf Jahren, findet einfach nicht den Weg raus. Euer Hund zeigt, der so, yo, da geht's lang, geht ihr weiter. Knallt irgend so ein Typ seine Birne die ganze Zeit gegen Bäume. Dann denkt ihr euch, wo bin ich denn hier gelandet? So, hier ist aber ein Item. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Erdbeerfisch. So. Genau den, Alter. Wenn es Pokémon gibt, die ich noch nie gesehen habe, dann ist es Surprise oder Surprise oder wie das Video auch immer heißt. Oh, sweet Bejesus raus hier. Hättet ihr nicht einfach da lang gehen können? Ich meine, waren das nicht so viele. Butter frei! So, kannst du mir irgendwas sagen? Ja, natürlich. Ja, wie soll ich den voll machen, hör mal. Äh, danke. Was ist das? Verhöhner! Ey, jetzt ernsthaft oder ist das was Richtiges? Lunatanz! Anwender geht K.O. Ja, die ist auf jeden Fall nützlich. Das ist echt nützlich. Kann ich höchst... Das ist quasi Harakiri für mein Pokémon. Beste. Das bringt hundertprozentig was, wenn ein Pokémon fast tot ist, sag ich mal. Also fast besiegt. Und das andere voll am Hintern. Da kann ich mir das nützlich vorstellen. Für Naslock Run ist das richtig für den Arsch. So. Und ich versuche jetzt zumindest ein paar Trainer mitzunehmen. Und nicht durchs hohe Gras zu laufen. Denn das erste Pokémon, was wir auf dieser Route wieder sehen, müssen wir fangen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal... Ich will eigentlich nicht jeden Trainer hier mitnehmen. Weil zum Ausweichen müsste ich durchs hohe Gras. Aber ich gucke einfach mal. Äh, hier trainiere ich! Äh, das ist definitiv cool. Äh, ich seh ja, yo! Was läuft, yo? Georock! Boah, der L7, Junge. Was sehen denn her? Hast du bestimmt noch mal gekauft, Junge. Äh, pass auf. Ist Nassmacher eine richtige Attacke? Ich glaub schon. Jawohl. Sieht zumindest hart danach aus. Boah, ich bin schon ein Vollidiot. Boah, ich bin schon echt ein Vollidiot. Läuft. Gelatina, komm. Komm. Ich hab keine Zeit dafür. Ich muss an Ducatia City. Ich muss Geld machen. Georock, das ist auf jeden Fall schön, dass du das versuchst. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt das Effektivste ist. Siehste? Mach mal mal Spukball und dann hat sich die Sache auch. Auf immer wiedersehen, mein Freund. Death Level 7. Und ich weiß, ich hätte hier noch mit einer Feuerattacke von Magby wegklatschen können. Aber ich möchte so viel HP sparen, wie geht gerade. Tragosso. weiter kämpfen. So, ich mach jetzt in einer Tour durch Spukball hier. Ich weiß, ich weiß, ich hab nur eine begrenzte Anzahl an AP. Und sobald irgendein anderes Pokémon kommt, was ich benutzen könnte, werde ich es auch einwechseln. Mantirps. Boah, entweder ist es Pflanze oder es ist Wasser und ich habe keine Ahnung. Mantirps, wegen Manticore, aber Mantirps klingt so, wie, äh, könnte auch genauso wild sein. Ich werde jetzt einfach weiterkämpfen. Ich weiß es gerade nicht. Nimm doch Pokémon, ich kenne! Ich wusste es. Ich wusste, es war entweder ein Mantarochen oder was anderes. Aber ich war mir gerade nicht sicher, deswegen wollte ich Pi nicht rausholen. Ich meine, ich one-shotte gerade alle und Gelatina bringen die Erfahrung jetzt nicht so wahnsinnig viel. Elektrik, so, das ist nochmal, wo wir anfangen können hier. So, Feuer-Bubi, mach mal jetzt hier Feuer unterm Hintern, komm. Boah, Elektrik, ohne Scheiß, du hast die Platinum-Arschkarte gezogen gerade. Hör auf, so wild rumzutanzen, du kriegst jetzt einen richtig dicken Feuersturm in den Hintern. Und er trifft sogar. Boah, aber richtig in den Dödel rein. Yo, instant, mein Freund. Aus dir ist gerade Rahmen geworden. So gefällt mir das. Sehr schön, sehr schön. Potsblitz. Ich muss schon meine Kappe richtig ziehen. Ich will nicht deine Telefonnummer, danke. Schon wieder ein Kampf und ich komme nicht an ihm vorbei. Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension geholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ditto Level 2. Das ist ein bisschen creepy, alles klar. Okay, Lawrence. Bidifoss. Level 13. Boah, ist das die Weiterentwicklung von Bidoof? Machen wir mal Feuersturm und schauen einfach mal, wie die Attacke vor dem Möhre vorbei geht. Ach, du Scheiße. Fick mich hart. Gelatina. Jetzt ist your time to shine. Und ich darf jetzt aufpassen, keine Geisterattacken zu machen. Weil ansonsten, ich glaube nämlich, dass Bidifoss da so ein bisschen was gegen hat. Guck mal, wie der aussieht, ey. Und trotzdem fickt er meinen... Ja, mach mir... Bitte nicht noch mehr Schaden. Ansonsten, äh, okay. Ähm. 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 Versuchen wir es mal. Geil. Was bringt das Hochverteidigung? Okay, dann brauche ich jetzt Psycho-Attacke. Ey, ich sehe es eigentlich nicht ein, Tränke zu benutzen. Aber ich muss, glaube ich, gleich mal hier ein bisschen mit dem Raumschlag auf den Tisch hauen. Bidoof! Mach mal, dass du wegkommst. Sehr gut. Da, äh, danke ich dir auf jeden Fall für. Das ist sehr freundlich. Schalocko. Nein. Ich kann meinen Feuer-Bubi, äh, weder einsetzen... Auch wenn es gegen Schalocko, äh, deutlich Sinn machen würde. Aber ich hoffe, dass es jetzt nicht noch irgendwo ein Typ normal drin hat. Aber Gott sei Dank ist es nicht der Fall. Boah, jeder Kampf wird gerade irgendwie zur Schwitzprobe. Aber ich schätze mal, dass ich da hätte Feuer benutzen können. Lawrence, du bist schon so ein kleiner Penner. Mama, was willst du? Hallo, Andi, wie geht es dir? Ich habe heute beim Einkauf nützes Item gefunden. Und ist dir von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Was hat sie... Was? Mama? Mama... Was hast du wieder gekauft im Teleshopping? Ich brauche nicht noch einen Buda. So. Ich würde jetzt ganz gerne mal Pi tauschen. Äh, einfach, weil ich es kann. Ey, ihr seid solche Wichser, ne? Ich kann nicht durchs hohe Gras laufen. Ich hasse euch. Immer der Klasse, bin ich der Pokémon-Experte Machen wir mal gucken, ob du Nicht gleich der Maschinen zu meinem Fuß bist Zwei Pokémon, das gefällt mir schon mal gar nicht Pfiffchen Level 10, das sollte P Eigentlich hinkriegen Machen wir jetzt mal Erstmal Superzahn Memento Mori, Remember Death Okay Das ist in Ordnung Okay P Fantastisch gemacht Aber das ist gar kein Ziel Weiterkämpfen, bitte Ich weiß jetzt nicht, ob mein Angriff Ausreicht, um das Taubstil-Ding festzumachen Aber gucken wir einfach mal Bitte nicht Bitte nicht Lass mein P in Ruhe Ach du Scheiße Komm Instant Geficke jetzt bitte Hier Ich muss was vorlegen beim Chef Ich habe keine andere Wahl Ich muss Pi jetzt hier auch rausnehmen Gott sei Dank habe ich Gelatina So, komm Zack Und ab dafür So Taubstil, wollen wir nochmal gucken Mit deiner Scheißbäre Echt das gewusst Hätte ich nochmal Ladungsstoß gemacht Naja Schnipp Schnapp Kopf ab Tschüss Ich muss Zerschneider irgendwie benutzen Das macht mich inhaltlich sehr traurig Und ich werde irgendwann in den Kommentaren Wieder irgendeinen Ausweg daraus gefunden Wie ich es hätte umgehen können Aber ich mache das nur, wenn wirklich keins meiner Nein, ich will deine Scheiß-Telefonnummer nicht Nein Nein, geh einfach weg Wieso ruft mich an Nein Ich will doch einfach nur da weg Darf ich jetzt bitte hier weg Dankeschön Ich könnte Jetzt sag mir bitte nicht A, ich habe Pi noch vorne Das ist schon mal scheiße Und B, ich kann jetzt keinen Kampf gegen dich gebrauchen Lörer Boah, ich schwöre Ich fisse dein Leben, wenn wir jetzt kämpfen Boah, ich schwöre Ich wage es dich Ich habe mein Pi draußen mit 17 Bist du mit der Arbeit fertigst Pokémon, das du dir gegeben hast Das ist gesund und munter Du scheinst doch echt fit zu sein Oh, Andi Ich fisse dir jetzt dein Leben Ich will dir mal vorstellen Ich könnte eigentlich irgendjemanden hier reinbringen Das würde definitiv ein bisschen Sinn machen Ich glaube, er hat großes Talent Aber du bist natürlich noch viel besser Komm mit, Andi Ich fisse dich hier drin Ich weiß, was die Pokémon-Tagesklinik ist Auch wenn wir das Gelände ziemlich verkleinert haben Im Vergleich zum alten Gold und Silber Muss ich dazu mal sagen Es geht Oma, ich möchte dir gerne meinen Freund Andi vorstellen Oh, mein Enkel hat also einen Burschen geangelt Sieh mal einer an Aber, aber Oma, ich bin Sondere Was redest du da für ein komisches Zeug Für so eine Nachbar Nur nicht etwa Schon gut Meine kleine Bla, 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 bla Ich war Okay, dann Oh, Gott sei Dank Ich dachte, die fisset mich jetzt Bitte töte mich nicht Bitte, nein Wie, ich habe jetzt also eine Nummer bekommen Was mache ich den ganzen Tag Außer nicht hier eine Nummer kriegen Sprichst du auch manchmal mit dem Pokémon, dass du spazieren führst Je nachdem, wo in der Stadt du gerade bist Reaktiert es unterschiedlich auf dich Ich beobachte meine Pokémon immer ganz genau Und merke mir Reaktionen Wenn du mich anrufst Erzähle ich dir gerne ein bisschen was darüber Nein, danke Ja, ja Ich will den Nummer nur, weil wir Pokémon Trainer sind Verstehe ich mich falsch Meryl weiß, was abgeht Ich weiß gar nicht, wie viel das hier pro Level kostet Kostet das 100? Keine Ahnung Habe ich auf jeden Fall keine Zeit für Piu, was läuft bei dir? Würdest du hier eingesperrt werden? Ja gut Das macht auf jeden Fall Sinn Wir bringen dich auf jeden Fall zum nächsten Pokémon Center gleich Gelatina Gelatina? Ja, dann halt nicht Was wollt ihr alle von mir? Ja Boah, hör mal ey Ich brauche bald eine externe Speicherplatzkarte Dingens Um mir die ganzen Nummern aufzuschreiben Das voll freundlich Ja Das echt freundlich von euch Darf ich jetzt bitte mit meinem Dämon-Pokémon hier weg? Dämon-Pokémon, was los? Oh, ob wir da vorbeikommen Oh, da kommen wir vorbei Ob wir da vorbeikommen Oh, wir kommen vorbei Fuck yeah, boy Ducatia City Ey, girl Was geht bei dir? Der Radioturm ist das Wahrzeichen von Ducatia City Es soll möglich sein Sich dort seinen Pokécom zum Radio aufrüsten zu lassen Boah Aber was für die Tracks von der GEMA gesperrt sind Müssen wir unbedingt nochmal rausfinden Und wir müssen rausfinden Was unsere Mama für uns für eine Scheiße gekauft hat Aber das machen wir im Kaufhaus Und nicht hier So, zack, zack Ja, hier, gönn dir Nimm sie alle Ich brauch sie nicht Ich mach jetzt hier einen auf Freelancer In Ducatia City Hab ich dir gern gegeben So Dankeschön Bitteschön Auf nimmerwiedersehen Oder Eigentlich auf sehr viel Wiedersehen Gerade weil ich in der Stadt ein bisschen leveln möchte So, wir könnten jetzt überlegen Ob wir uns ein Pokémon fangen Boah, lass erstmal gucken Was unsere Mama uns geschenkt hat Das ist der Radioturm hier Weil, ganz ehrlich Wir sind jetzt 23 Minuten drinnen Ich könnte überlegen Aber ich möchte eigentlich Geld sammeln Und ganz viele Pokébälle haben Dann kann ich ganz in Ruhe was fangen Ja Ach, du bist der, der meine Mama Die Sachen hier Hallo Ja Was ist drinnen Mama, wieso kaufst du immer so eine Scheiße, Alter Ja, das mach ich auf jeden Fall nicht Hier gibt's doch irgendwo einen Untergrund Da gibt's doch bestimmt super viel Scheiße Also Gelatina, du bist schon süß Aber du nervst du ein bisschen Wenn du jetzt hinter mir herläufst Ich glaube, ich nehm Mamsi Die ist immerhin pedantisch Das können wir gebrauchen Joa, du bist so kuschelig Suchst du dein Kind? Dann hab ich gegessen Komm mit So Äh Genau Wir können ja hier noch Glücksspiele machen Opa, was machst du da? Könntest du auch von dem Fenster Da, um wieder durchzugucken hier Ich glaub, es geht los Guck dir grad an Wie der im Fenster durchguckt Was bist du? Bist du der Attacken Äh, bist du der Pokémon Achtung In der Passage Stets bitte vom Fahrrad absteigen Gezeichnet Professor Eich Meryl, was läuft bei dir? Wo ist Lyra? Oh, dich hab ich gerade gesucht Ah, hier gibt's einen Kostümierungsladen Da kann man Accessoires und Erinnerungsfotos Das ist ja schön Oh, dankeschön für den Modekoffer Den werde ich unbedingt benutzen Mit Sicherheit Okay Okay, hau ab Danke Sonst langsam reicht's mir Was läuft? Schick Ah, da unten gibt's Geschäfte Aber da lungen wir noch Tränen da rum Boah, das klingt doch voll nach etwas, was wir machen könnten Oder? Wen level ich denn auf? Was hat ein Mamsi für Attacken? Würde es sich lohnen, dich aufzurüsten? Was hast du denn so? Statweise bist du Sehr auf Special Das ist auch voll in Ordnung Eissplitter hat 40 Das ist voll die Wurstattacke Drachenklaue geht klar Meteor Joa Ne, ist okay Und Guillotine 30% Dass er instant tot ist Kann man mal bringen Aber ist jetzt nicht so Das, dass ich sage Boah, ey Du fisst Das ist aber alles, was du vor die Flinte kriegst Ich würde ganz gerne Pi aufleveln Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin Deswegen werde ich jetzt einfach mal Pi und Mamsi einfach mal eine Runde tauschen Oder was konnte Mori denn? Bricht Du bist schwasser Boden Das ist ziemlich cool auf jeden Fall Außer gegen Äh Äh Gegen Pflanze Da Fistet sich aber von allen Wolken Und das Risiko möchte ich eigentlich nicht eingehen Wenn irgendeiner von den Pokémon eine Pflanzenattacke auf einmal drauf hat Hi Schon mal vor einem Pokémon gefickt worden, was 20 Zentimeter hoch ist? Ich wohne, dass ich bin da rausgeworfen Ich habe ein Neu Ich habe so oft geworden, dass sie dachten, ich mogle Hör mal Du kriegst gleich einen Mogli hier rein, ey Das ist irgendwie süß Jack and Lawrence Wieso heißt die alle Lawrence? What the fuck, dude? Äh, ey, hör mal Ballert hier einfach mal ein legendäres Pokémon raus Ich glaube, geht los Ich habe leider keine andere Wahl Bei legendärem Pokémon sind wir so ein bisschen in die Hände gebunden Bitteschön Legendär gegen Legendär Da kann ich mit leben Donnerzahn Instant Kill Stellt euch mal vor Wie asozial es wäre Wenn der Gegner einfach mal Guillotine macht Und das bei meinem Gelatina klappt Stellt es euch vor Wie ich mein Mikro durch den Raum werfen würde Das wäre schon ziemlich witzig Oh, Pi, Level 15 You're the man Gelatina hält auch noch einen Löwenfurz Rotom Äh, ich wechsle jetzt einfach mal in weiser Voraussicht auf Feuer, Bubi Es kann sein, dass ich voll ins Klo greife mit der Entscheidung Aber sehen wir jetzt Na komm Okay Machen wir einfach mal Feuersturm und gucken, wo uns das Ganze hintreibt Wenn du Wasser bist, habe ich das Problem, aber du siehst aus wie Blitz Yeah Boy Das läuft Sehr gut Feuer, Bubi Hält noch ein Büschkin Erfahrung Level 18 Genau so stelle ich mir den vor So, Jugger Lawrence Läuft bei dir nicht so wirklich Wenn ich ehrlich bin Ich sollte einfach mal mein Geld behalten und nicht Mama Mama Mama, was hast du schon wieder gekauft? Ey Was ist da los? Da bin ich ja gespannt, Mama Was du mir wieder Tolles gekauft hast So, hier gab es irgendwo Was ist hier? Bis hier Noch nicht weiter Das ist hundertprozentig Team Rocket Hideout Ich weiß es doch So Na komm Komm Meine Pokémon Mein Pokémon kommt frisch vom Chauffeur Ich weiß Ich zeige dir, wie stark es ist Mit seiner Frisur Chef Florentino, okay Boah Boah Hör mal, du bist der Endgegner So, Ladungsstoß Vielen da Oh, ich hoffe, das fistet mein Pi jetzt nicht So komplett Durchs Leben Fick mich hart Könnt ihr mal aufhören, hier Gefälligkeiten auszutauschen Das ist ein Kampf auf Augenhöhe Und ich werde diese Augenhöhe mal gerade durchbrechen Ich könnte Feuerbubi reintun Aber die haben beide einfach beschissene Abwehrstats Ich habe einfach mein übelstes Zerficker-Pokémon Und zwei Pokémon, die noch Babys sind Okay Ist schön, dass du so eine hohe Initiative hast und zuerst kannst Bringt dir leider nichts, wenn ich deine Flügel zerschnibble Auf Wiedersehen Das Problem ist einfach, dass er mich einfach übel zerficken könnte Bevor ich auch noch an ihn drankomme Und ich will das ganze Safe spielen Muss ich ja leider Weil, wenn ich jetzt nur Gelatine auf Level 100 habe, wird das auch irgendwann langweilig Ey, wenn du jetzt noch was gekauft hast, ne Boah, ich schwöre Hör auf, dein Geld auszugeben Boah, was ist das jetzt? Armband und ein Brief Den ich nicht brauche Ich muss diese Scheiße jetzt mal abholen hier Kann doch nicht sein, dass sie meine ganze Kohle ausgibt Ey, was ist denn da los? So, wann hat die, wann hat die jetzt schon wieder gekauft? Wie sieht das aus, Junge? Boah, was ist es? Na, ratet Es ist, es ist ein paar Heilern Auf Wecker oder irgendein Brief Okay Du hast da mit Sicherheit noch was für mich Was ist es jetzt? Hör, Mama, hör auf, mir Bären zu schicken Soll ich damit? Was machen diese Bären denn? Die heilen mich doch sowieso noch für zwischendurch Hier Kakao, aber fünf Stück, war Mama Äh Okay, das hilft gegen Feuer Was haben wir denn noch hier so von der gekriegt? Die Schuke, wir haben auch fünf Stück von hier Aber ich glaube, sie kauft uns auch fünf auf einmal Oh, gegen Feuer und gegen Boden, Mama Sahne Richtig erste Sahne, hör mal Wie viel Geld haben wir denn so allgemein jetzt mal gerade in der Tasche? Lass mal kurz zusammenzählen 5800 Das ist ja nicht so viel Wie ich eigentlich dachte So, was wir Schätze-Kinds jetzt aber nochmal ganz kurz tun Wie noch mehr? Was hat die alles gekauft, als ich nicht hingeguckt habe? Hat die noch Ey, was? Oh, Gott sei Dank, ey Ich musste ja mal verbieten, das ganze Geld auszugeben von mir Hi Was geht? Ich brauche Pokéballe, die ich in diesem Part auf jeden Fall noch kaufen möchte Top-Trank jetzt schon Kann ich auch gebrauchen Wie viele Supertränke habe ich denn? Ich habe fünf im Besitz Davon habe ich elf Ich würde jetzt einfach mal sagen, das reicht mir auch Aber ich kann sowas wie ein Beleber zum Beispiel Könne ich super verkaufen, weil ich die Scheiße niemals in meinem Leben brauchen werde hier Ähm Haben wir denn da irgendwas? Top-Genesung kann ich gebrauchen? Kann ich alles irgendwie gebrauchen? Protein Ist geil Aber ist auch viel wert Ich glaube Ich glaube 4999 Poké-Dollar Aber ich wollte gucken, was du uns anzubieten hast Mann, aber das ist bestimmt keine Poké-Bälle, oder? Doch Hyper-Bälle, Bitches Das könnte auf jeden Fall helfen Schutz Könnte auch geil sein, wenn ich mal Aber das brauche ich vielleicht ein einziges Mal Äh, was mache ich jetzt? Kaufe ich mir Super-Bälle oder einen Hyper-Ball Wenn es wirklich mal krass auf krass kommt Wie viele Poké-Bälle habe ich? 10 Wie viele Super-Bälle habe ich? 0 Und wie viele Hyper-Bälle habe ich? Ich kaufe jetzt einen Hyper-Ball Falls wir das übelste Pokémon kriegen Wisst ihr? Und vom Rest kaufe ich Super-Bälle 7 Stück So Ja, bitte Ich hätte aber auch gerne noch 2 normale Poké-Bälle So Ich denke jetzt einfach mal Dass wir relativ gut ausgerüstet sind Äh Habe ich irgendwas noch verkauft? Und was kriege ich denn so für eine TM? Hier, Lunatans könnt ihr von mir aus haben 750 Schlimm! Bringt mir sowieso nichts Also hätte mir vielleicht was gebracht Aber Das ist Äh Das bedeutet den Tod von meinen Pokémon Da nehme ich lieber ein paar Poké-Bälle So Äh Was macht denn der Weißorb? Sollte ich jemals Palkia kriegen? Wäre das auf jeden Fall krass Aber Genau aus dem Grund verkaufe ich es noch nicht Was ist denn das Leben, Orb? Versteckt Attacken Aber jede Attacke kostet den Träger KP Aber Sowas von weg Ich riskiere hier einfach mal gar nichts Das ist gut gegen Anziehung Das behalten wir auch mal Der Sonnenstein Ist vermutlich die Gegenteil zum Finsterstein Und von daher behalten wir es auch mal Joa Kann ich eigentlich sehr schneller verkaufen? Ja, hab ich ja fast gedacht Wäre ja auch ziemlich dämlich So Obwohl ich könnte meine ganzen Beeren loswerden Die ich gerade sowieso bekommen habe Was kriege ich denn so für 5 Schuckebeeren hier? 10 Man hat die bestimmt für 1000 gekauft So wie ich sie kenne Kriege ich für so eine Wieso kriege ich dafür nur 10? Das ist voll doof Ich will mehr dafür haben Ich hab die immerhin von meiner Mama geschenkt bekommen So Freunde Ich hätte es nicht gedacht Aber wir haben es mit einem Zerschneider schiebenden Gelatina Nach Ducatia City geschafft Und das ist der Punkt Wo ich eigentlich aufführen wollte So Das hier ist Route 34 Ist das hier denn alles Route 34? Oder nicht? Hi Opi Alles frisch bei dir? Das scheint mir alles Route 34 zu sein Das heißt wir können hier ein Pokémon fangen Ich könnte eins meiner Pokémon in die Anstalt hier geben Ich habe nur folgendes Problem Die Zeit wird trotzdem fortgesetzt bis zum nächsten Mal wo ich aufnehme Und das kann von mir aus in 7 Tagen sein oder so Und wenn das dann trotzdem in Echtzeit ist, was es ist Habe ich im Endeffekt das Problem ist, habe ich im Endeffekt das Problem, dass ich die Pokémon-Pensionsrechnung nicht bezahlen kann Und ich kann mir jetzt einfach mal nicht so 30 Milliarden Euro leisten, also Pokedollar Nur um mein Mori-Level 25 da rauszuholen Auch wenn es schon ziemlich geil ist Ich überlege mir das Ganze jetzt mal Wir werden ja im nächsten Part so das ein oder andere Pokémon fangen Gerade auch deswegen habe ich ja die Bälle geholt Vielleicht schaue ich mich auch einfach im nächsten Part noch mal ein bisschen in Ducatia City um Aber hier oben zum Beispiel ist ja auch der Pokémon-Park Ich weiß nicht, ob ich da Pokémon fangen kann Ich bin mir aber relativ sicher Schauen wir einfach mal gerade ganz kurz rein Jetzt, ich mache eh Überlänge, dann können wir auch Überüberlänge machen Aber ich meine, hier oben müsste es eine Wiese geben Die nicht nur für diese Events am Dienstags, Donnerstags und Samstags sind Oh, die sind auf jeden Fall Pokémon-Trainer Fuck that! Aber heißt, da könnten wir auch noch ein Pokémon rein theoretisch fangen So, und genau das ist mein Pleinchen Ich habe es an der Ducatia City geschafft Das war mein Ziel für diesen Part Und wie gesagt, nächster Part Pokémon fangen Bischken leveln, bisschen mal gucken, was so abgeht Oben ein bisschen lang, vielleicht schon mit Gast Ich weiß es noch nicht Es hängt noch ein bisschen in den Sternen Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder Grüße raus an euch, die immer noch dabei seid Macht auf jeden Fall Spaß Ich will auf jeden Fall immer einen Pokémon-Part die Woche Auf jeden Fall für mich auch machen Einfach damit es vorankommt Und von daher, vielleicht nächste Woche schon relativ früh oder so Weil ich habe diese Woche super viel zu tun Aber kommt alles noch in der Kaffeepause Die jetzt auch wirklich dann jetzt bald mal ganz kurz ansteht und so Und wie gesagt, das war der überlange Part Wir sehen uns im nächsten Und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal, 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 bis Bis zum nächsten Mal.